Hallo, hier ist Dueser Paul mit dem Thema Python-Programmierung, Quelltextanalyse mit Pyland. Bei Python-Programmen, die nur 10 bis 20 Zeilen beinhalten, ist es noch recht unaufwendig, selbst die Skripte Zeile für Zeile unter die Lupe zu nehmen und nach Fehlern und Nicht-Einhaltungen der Stilregeln zu suchen. Bei 1000, 10.000 Zeilen fühlt sich das wahrscheinlich schon an wie die sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Zum Glück gibt es auch Tools, die diese Aufgabe übernehmen, wie zum Beispiel Pyland, zu finden auf der Webseite www.pyland.org. Pyland überprüft die Zahlenlänge, die Namen der Variablen, ob eine definierte Variable oder ein importiertes Modul überhaupt genutzt wird und ob die Python-PAP-8-Formatierungsregeln eingehalten werden, die den Quellcode besser lesbar machen sollen. Mittels Paketmanager wird Pyland recht mühelos Bestandteil des Systems. In einem Terminal bewirkt man dies per SUDO, Leerzeichen, APT-GET, Leerzeichen, Insta, Leerzeichen, Pyland bei Linux Mint. Durch Pyland, dann Python-Datei, hier zum Beispiel p.py mal als Beispiel, wird die Quelltextanalyse angekurbelt. Wie so oft erscheint die Hilfestellung durch minus minus help. Eine grafische Oberfläche hat Pyland auch im Angebot. Und zwar Pyland minus g, u, i und enter. Die grafische Oberfläche ist zwar einfach, aber es ist eine. Pyland minus minus generate minus rc-file erzeugt eine Beispielkonfiguration, die man anschließend entweder in die globale Konfigurationsdatei schrägstrich edc schrägstrich pyland rc oder in eine Benutzer-Konfig-Datei home-verzeichnis schrägstrich Punkt pyland rc schreiben kann, wenn man was bei den Einstellungen ändern möchte. Wenn man eine ganz bestimmte Konfigurationsdatei benutzen möchte, greift man zu der Option minus minus rc-file. Py-Checker, Flack 8, Frosted und PEP 8 sind weitere Tools für die Quellcode-Analyse. Das war UserPower von RUM Screencast. Ciao und viel Glück. Vielen Dank.